Gut und damit kommen wir zur DAX-Analyse. Wir werden uns jetzt den DAX im Wochenende im Tagesschart genauer anschauen. Wir werden uns die Aktienrangliste mal genauer betrachten und dann werden wir uns im Prinzip Trading Chancen im DAX genauer mit Statistiken ergründen. Ja und zu dem Zweck möchte ich hier in der Übersichtstabelle, der DAX ist ja nach wie vor langfristig im Bull als auch mittelfristig im Bull-Modus positiv zu bewerten. Also der Trend stimmt, aber wir sehen einen gewissen schwächelnden Markt und ich habe euch dazu ja auch die ein oder andere Aktie schon mal gezeigt, die hier möglicherweise vor Problemen steht. Ich habe jetzt mal wahlweise die VW-Aktie Volkswagen rausgegriffen, denn wir finden in der Statistik von Juni bis in den Oktober hinein ein sehr negatives Zeitfenster. Ich hatte euch vor Wochen schon darauf hingewiesen und wir werden dann nach der DAX-Analyse auch nochmal einen Blick auf VW werfen und uns das genauer anschauen. Wir beginnen aber natürlich wie immer im Big Picture. Hier seht ihr den DAX Performance Index mal im übergeordneten Bild. Ich blende euch auch mal die passenden Kennzahlen gerade frisch berechnet nochmal mit ein, damit man sich hier eben einen Überblick verschaffen kann. Der DAX, ja, vor kurzem noch ein Allzeithoch gemacht. Der Trend an sich stimmt, es läuft, es ist alles so toll wie nie zuvor, möchte man meinen. Ja, so ganz ist es nicht. Und wir schauen uns das Bild jetzt mal genauer an, denn hier kann man durchaus eine gewisse Formation erkennen. Das wäre das Positiv-Szenario, das ist aktuell am Laufen. Also das wäre sozusagen ein, wir kriegen das hier alles nicht nur in den Griff, sondern hier geht es demnächst richtig ab, wie das ungefähr so hier in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Mache hier nochmal ein kleines Fragezeichen dran, denn sollte der DAX etwas stärker zurückfallen, könnte das ein Fehlausbruch werden und dann wäre auch ein gewisses Korrekturpotenzial da. Und wir machen hier das Ganze mal prognosefrei. Wir entscheiden danach, was der Markt macht und da zoomen wir jetzt mal rein. Und aktuell können wir nach wie vor den intakten Trend hier sehen mit dem Allzeithoch und einen überhitzten Zustand. Der überhitzte Zustand deutet an, Vorsicht, so richtig abgekühlt hat sich das Ganze noch nicht. Wir sind noch in diesem Korrekturszenario drin und immer dann, wenn eine starke Impulsbewegung, und die sehen wir hier, eine stärkere Bewegung als die letzten Korrekturen, in eine Stagnation übergeht, dann müssen wir vorsichtig sein, dann können wir eine Range definieren, hier zwischen 17.600 und 18.840 Punkten. Und ein Ausbruch zur Oberseite wäre die klassische Trendfolge, niedrige Volatilität, man will leichtsinnig sein, man will spekulieren. Oder Vorsicht, wenn das Ganze zur Unterseite hier durchbricht, Achtung, dann wird der Trend angetestet, dann werden die letzten Tiefs angetestet und dann könnte sich dieser negative Domino-Effekt auch schnell in einen Lawinen-Effekt übergehen. Da werden wir jetzt drauf achten. Und wir werden uns der jeweiligen Richtung dann anschließen. Und statistisch gesehen eröffnete sich ja ein negatives Zeitfenster. Dieses negative Zeitfenster möchte ich euch gleich mal zeigen. Allerdings ist in diesem, ich sag mal, grundsätzlich negativen Zeitfenster ein, ich sag mal, relativ positiver Zwischenaspekt zu erkennen. Den will ich euch mal zeigen. Und das ist dieser hier. Und das ist der Zeitraum vom 26. Juni bis Ende Juli. Also ungefähr einen Monat. Das Muster nicht ganz so stabil. Und da kann es sich tatsächlich nochmal etwas hinziehen. Der Rückenwind ist eher positiv. Es kann durchaus zu einem positiven Aspekt kommen. Und dann kommt das, was wir das negative Sommerloch nennen. Und das will ich mit euch nochmal genauer anschauen. Denn dann ist die Statistik hier, ich sag mal, von der Trefferquote zwar fast ein bisschen besser als 50-50 auf Short-Positionierung. Aber wenn es runter geht, dann geht es in der Regel etwas intensiver runter. Und das macht hier diesen Ausbruch-Trade eben auch so interessant. Also in der Range ein Ausbruch zur Unterseite würde tatsächlich hier ein solches Szenario mit Short-Szenario interessant machen. Vielleicht auch die ein oder andere Aktie im Tax. Ein Ausbruch zur Oberseite. Niedrige Volatilitäten könnte eine stabile Trendfolge verursachen. Und wir warten einfach, was passiert. Wir werden uns dem anschließen. Und dazu schauen wir mal hier auf den Tageschart. Die Indikatoren immer noch am Abkühlen sehen wir hier. Leicht divergentes Verhalten deutet eher auf ein negatives Szenario hin, muss ich sagen. Eher bedeutet, naja, 60-40. Also die Trendindikation geht zur Unterseite. Gegenüber den Anleihen nähern wir uns schon einer Unterbewertung. Das spricht eher für eine Bodenbildung. Hier eine gewisse Stagnation, eine Stabilisierung. Also richtig negativ sieht es jetzt aktuell nicht mehr aus. Und wir haben die Handelsmarke jetzt auf 18.000 Punkte definiert. Darüber sollte man eher auf die klassische Long-Trend-Folge spekulieren mit engem Stop-Loss zur Unterseite. Darunter drückt sich die Lage sofort ein. Und wir würden auf der Short-Seite die ein oder andere Situation nutzen wollen. Und wenn sich die Lage hier dann tatsächlich so aufklart, dass das Ganze zur Oberseite ausbricht, dann könnte das Ganze tatsächlich mehr Potenzial auch haben. Und da möchte ich mit euch jetzt mal auf die verschiedenen Aktien schauen. Denn wir müssen ja nicht nur den DAX handeln. Das kann man tun. Man kann ja aber auch sich die passenden Aktien raussuchen. In einem Long-Szenario würde ich tatsächlich starke Aktien bevorzugen. Das müssen nicht die allerstärksten sein. In der Regel ist es nicht verkehrt, mal so auf die zweite Reihe zu achten, welche von diesen Aktien hier nach oben streben. Das wäre das Long-Szenario. Sollte das Ganze aber zur Unterseite durchbrechen, dann kann man sich einmal auf die schon verkauften Werte spezialisieren. Oder eben auf die, die gerade so ein bisschen zur Unterseite tendieren. Und dann schauen wir mal, welche Aktien gerade in der Rotation nach oben gehen. Also deutsche Börse wäre ein klassischer Long-Kandidat. Covestro, ein Chemieunternehmen, zeigt mal temporär Stärke. Eine Hannover Rück, eine SAP, eine Sumrise. Also da könnte man eher auf der Long-Seite mal genauer schauen. Während hier unten, das sind die Werte, da wird schon eher verkauft. Eine Sartorius, eine Continental, eine Infineon, eine Porsche, eine Commerzbank, eine Volkswagen, eine Bayer. Also hier, ich sage mal, alles unterhalb dem unteren Drittel, Viertel. Da sollte man sich dann eher auf der Short-Seite mal anschauen. Und man sieht, Rheinmetall, also einer der starken Werte, es wird schon eher mal verkauft. Während beispielsweise eine Continental schwach bleibt. Conti hatten wir monatelang sehr, sehr genau angeschaut. Das Szenario läuft nach wie vor. Das brauche ich hier an der Stelle nicht nochmal zeigen. Können wir in einem der kommenden Webinare nochmal aufarbeiten. Hier ist auch viel Potenzial zur Unterseite, wenn hier nicht langsam Käufer in den Markt reinkommen. Und ich will mit euch mal gleich VW anschauen. Bevor wir aber VW anschauen, habe ich nochmal diesen Chart vom DAX hier eingeblendet. Mit dem Swing Trading. Wie deutet man denn Swing Trading? Dieses Swing Trading im Tageschart auch sehr, sehr wichtig, wenn man Day Trading betreibt. Wir wollen ja die Grundsituation erkennen. Und ich habe mal meine Marken hier eingerichtet oder eingezeichnet, wo ich Long bzw. eher Short handeln würde. Und aktuell sind wir in einem neutraleren Bild. Hier waren wir bei der letzten Analyse. Da war das Ganze auch neutral, hat sich ins Negative verkehrt. Dieser negative Impuls wird gerade gekontert. Das sehen wir hier. Und damit sind wir wieder klassisch im Neutral-Modus. Und Neutral-Modus, da sollten wir uns rausnehmen und abwarten. Das ist eine Findungsphase. Und wir sollten auch nicht vorwegnehmen, ob jetzt hier was eskaliert oder irgendwas euphorisch zur Oberseite wegschießt. Wir schauen jetzt mal in Ruhe drauf. Das ist nichts anderes als das, was hier gezeigt wird. Und der nächste Impuls, ein Ausbrechen zur Oberseite. Er ist nicht ganz gerade gelaufen. Ein sauberes Ausbrechen zur Oberseite würde eine Long-Folge initiieren. Und ein Rückfall unter diese Impulse würde ein Negativ-Szenario nach sich ziehen. Und genau da möchte ich mal mit euch auf einen Negativ-Kandidaten schauen. Das wäre Volkswagen. Volkswagen ist hier schon im unteren Bereich drin. Volkswagen wird aktuell auch tendenziell eher verkauft. Und Volkswagen hat in der jetzigen Phase eine negative Saisonalität bis in den Oktober hinein. In den letzten 10 Jahren hat das so gut wie immer geklappt. Achtmal. Und die positiven Aspekte, also da wo Volkswagen in diesem Zeitraum gestiegen ist, naja, da ist nicht viel passiert. Also selbst mit Shorts ist da nicht viel passiert. Das macht Volkswagen zu einem interessanten Short-Kandidaten, den wir auf jeden Fall mal untersuchen sollten. Und das will ich mit euch mal tun. Wie gehe ich da vor? Wir nehmen uns als erstes mal das Big Picture. Hier seht ihr Volkswagen im Big Picture. Ich habe da drunter auch mal tatsächlich die Monats-Intermarket-Indikatoren eingeblendet. Die sind jetzt hier aber nicht ganz so entscheidend. Die sind im Wochen- und Tageschart viel, viel wichtiger. Hier ist allerdings zu erkennen, Vorsicht! Wichtiger Support, 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 Support wird gerade angehandelt. Und das Muster, das man hier erkennen kann, naja, das sieht alles andere als positiv aus. Das blende ich euch hier mal ein. Das ist nämlich folgendes. Verkaufsimpuls, eindeutig zu erkennen. Die technische Gegenreaktion, Schwäche, noch nicht mal an das 38er-Retracement herangekommen. Selbst an das 38er-Retracement wäre Schwäche. Ist also vorher schon am Drehen. Und wenn jetzt diese Marke, die sich nicht ganz genau definieren lässt, ich habe sie mal genau auf die 100 gesetzt, so ein bisschen tiefer. Wenn diese Marke hier unterboten würde, dann käme es zu einer Umschichtung. Weil die Investoren, die hier noch an ein positives Szenario glauben, würden bei einem Unterschreiten dieses Niveaus enttäuscht werden. Man würde die Hoffnung in dieser Aktie verlieren und immer mehr Verkäufer würden in den Markt nicht nur hineinkommen, sondern auch wir Shorties würden diese Marke nutzen, um Short-Positionen aufzubauen. Also hier ist eine wichtige Make-or-Break-Linie, die sicherlich, wenn sie gebrochen wird, schnell zu Bewegung im Markt führen wird. Und das ist ja potenziell ein interessantes Short-Szenario, wenn wir einen guten Stop-Loss setzen können. Und das habe ich euch jetzt ja beim letzten Mal schon gezeigt. Wer das Szenario gesehen und verstanden hat, hat das ja schon nutzen können. Und wir sehen hier eine Kurslücke, die ist immer eine gewisse Gefahr. Seitdem starker Verkaufsdruck auf einen Kaufimpuls. Und ich würde jetzt tatsächlich jeglichen Rücksetzer, also jegliche technische Gegenreaktion, die sich hier zeigt, wir sind schon etwas überhitzt, zum Einstieg in eine Short-Position nutzen. Hier muss man nichts übertreiben. Ihr habt ja gesehen, das Short-Fenster ist etwas länger. Und wir können auch unsere Gelegenheit nutzen. Wenn aber die Aktie tatsächlich ins Rutschen läuft, also richtig anfängt abzusacken, dann bekommen wir ein Verkaufssignal in zwei Unterbewertungen. Und das wäre ein Panikzeichen. Hier kann es schnell zu sehr starken Bewegungen wie hier und hier kommen. Und das ist für uns Day-Trader oder für Day-Trader ja per se ein interessantes Szenario und eben für Swing-Trader jetzt ein interessantes Einstiegsszenario. Gut. Wer mehr Trades haben will, dem zeige ich gleich nochmal, was man statistisch gesehen in den nächsten Wochen noch alles machen kann. Also eine hochinteressante Zeit kommt auf uns zu, in der viele Möglichkeiten sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite interessant werden. Und wie positionieren wir uns da in der Pyramide? Wir sind erst einmal ausgewogen investiert. Vorsicht, offensiv würden wir nicht werden. Aktuell ist uns die Gesamtlage nicht koscher genug. Da sollte man etwas, ich sage mal, moderat bleiben. Und innerhalb der Pyramide haben wir uns ja schon vor ein paar Wochen statistisch hier mit dem statistischen Hintergrund spekulativ in den Markt hineinbegeben. Ich habe es hier unten geschrieben, einige Spekulationen gestartet. Und wir beginnen hier auf der Beimischungsseite, die ein oder andere Short, vielleicht als Absicherung, vielleicht als Short-Position mal mit ins Kalkül zu ziehen. Ich habe euch die Kandidaten gezeigt. Nichtsdestotrotz werden auf der IVD-Seite Long-Kandidaten eingesammelt. Ihr habt einige schöne Long-Statistiken gesehen. Und man sollte insgesamt nicht vergessen, dass man eine gewisse Krisenfestigkeit beibehält. Das ist der Garant dafür, selbst wenn die Pläne mal nicht so laufen wie aktuell, wie die Einschätzungen mal nicht so treffen, im Marktgeschehen zu bleiben. Und in diesem Umfeld positionieren wir uns sowohl Long als auch zunehmend etwas Short. Short noch vorsichtig. Wenn die Lage eindrückt, gerade in Europa, würde ich hier die Short-Positionierung sogar ein bisschen ausbauen. Gut. Damit kommen wir zum Wochenkalender. Ich will euch an der Stelle mal zeigen, was in der kommenden Woche noch kommt. Also hier seht ihr mal den Kalender. Und in der kommenden Woche... So, hier sind wir richtig. Also in der kommenden Woche haben wir am Montag um 18 Uhr das Webinar, wo wir unser Sommerpaket vorstellen. Wer sich dafür interessiert, der sollte das auf jeden Fall sich anschauen. Denn die Trades gehen relativ schnell los. Das Sommerpaket startet unmittelbar mit hier unserem Webinar. Also es geht noch in dieser Woche los. Und dann innerhalb der Woche machen wir dann am Freitag nochmal einen Gesamtüberblick. Einmal über das WWA, WWA Hebel. Aber wir werden uns sicherlich auch den einen oder anderen Zusatz-Trade nochmal genauer anschauen. Ich habe euch ja einige Statistiken mit an die Hand gegeben, wie wir da vorgehen, welche Zusatz-Trades sich daraus ergeben und so weiter. Da läuft es ja gerade insgesamt sehr, sehr gut. Da werden wir zusammen dann am Freitag nochmal einen Gesamtüberblick drauf geben. Damit bin ich soweit durch. Hoffe, ich konnte euch die Marktlage aus unserer Sicht darlegen, zeigen, mit Chancen, mit den Risiken garnieren, damit ihr euch das rausgreifen könnt, was ihr braucht. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Und wenn ihr wollt, dann sehen und hören wir uns im Montagswebinar wieder. Da wird es ums Sommerpaket gehen. Wenn ihr da Fragen habt, seid ihr da herzlich willkommen. Wir wollen euch mit diesem Paket vertraut machen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, seid ihr da genau richtig. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute.